So Leute, hierher und Willkommen auf meinem Kanal Muzzledaffes. Wir tun weiter Kassieren. So. Bauen wir unsere Empfehlung auf. Oh mii, hopp. Oh mii, hopp. Hm. Weiß gemieß, so. So. Mir egal, vier oder zwei sind jetzt relativ. Beispiel bin ich so billiger. Oh, nein, 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 nein. Ich kann nicht beim Reiß. Ich weiß nicht, schau ich nicht vorgelegt. Da kann man auf zwei gehen, das ist okay für mich. Zumindest war für die Scheiße teuer eigentlich, aber ich kaufe es mir trotzdem. Also nix dazu, yay. Fit gemacht. Super. So. 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 schön dass dieser gefühl nicht so lange mit eigentlich ich echt jetzt nervig haben wir denn da so Öl könnte man noch kaufen Öl bräuchte ich noch Öl und dieses Mehl da rot einmal rot so gut zum Wesen jetzt was du klatschen das einfach da unten auch noch zu finde ich gut jetzt sind uns kaufen tun so sehr wie blöd also kann man auch nutzen du 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 äh 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 ich nicht das musst man Geld machen wenn ich Mitarbeiter hätte dann ja sonst klauer ja nur noch wenig einräumen muss ob du weiter auf da 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 Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, ich bin dran. So. So. Ich bin dran. Ich bin dran. So. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh. 3, 8. Komm, geben sie mir Geld. Ich bin dir Geld immer super. Weißt du, wissen Sie das? So. Nee, das ist so. Ja, okay, die waren schon gekauft. So, alles mal reingeschmissen da. So, man muss ihn wirklich jetzt auch machen. Einfach alles wegschmeißen da in den Laden. So, kurz Umbau arbeiten. Tut uns sehr leid für sie. Was für wen noch? Kein Reis. Zucker. Reis, Zucker. Brauchen wir. Salz habe ich noch. So, jetzt noch Reis und Zucker. Kaffeebräu noch Schlotzken Kaffee. Es muss doch laufen. Hopp, hopp, hopp. So. Reis. Was kann ich mir noch damit leisten? Wird mal schauen, ob ich irgendwas sagen kann. Ja, hopp. So, der Schusskopf. Das ist nochmal so was. So, was da hin? So, dann steht voller der Flügel dahin. Ach, ich hab dir Haselnusscreme, sorry! Ich bin toll, wirst du natürlich in die Küche kommen. Und da einige Wasserschranken setzen. so gut geht es euch bei mir okay der käse ist nicht mal der käse ist da drinnen so mache jetzt auch mal hier voll irgendwas liegen sonst haben wir ja nix so kann ich mir verkaufen wie der bruder der packt sich die wand was haben wir denn da noch sonst umlegen so 3 euro sich mama richtig raus danke für die geschichte und nach feiern das war es auch mit der folge wir sehen uns bei der nächsten folge